Als Autosportler, der gerne in den Bergen und in der Natur unterwegs ist, war es für mich nur logisch, mein Haus mit einer umweltfreundlichen Photovoltaik-Anlage auszurüsten. Weniger logisch war es für mich, zuerst ein Ziegeldach zu machen, nur um nachher eine Schicht Solarpanels obendrauf zu montieren. Darum habe ich ARES gewählt. Das intelligente Indach-Solarsystem ersetzt Dachziegeln mit einer einfachen und nachhaltigen Lösung. So schnell, intelligent und schön war Fotovoltaik noch nie.